Besitz belastet, sagt ein altes Sprichwort. Bleib mal dran und erfahren mehr dazu, wie ich das Ganze sehe. Ein altes Sprichwort sagt Besitz belastet. Naja, kann man gut sagen, Besitz belastet, ja, was ist denn, wenn man keinen Besitz hat, dann hat man auch eben nichts, dann hat man zwar keine Belastung, aber man hat auch nichts. Ist natürlich die Frage, was ist einem lieber? Natürlich ist jedem lieber, einfach einen gewissen Besitz zu haben, aber am liebsten natürlich ohne Belastung. So, was meine ich damit? Ich sehe das tatsächlich im Kundenstamm immer, immer wieder, gerade wenn hohe Immobilienvermögen da sind, große Immobilienportfolios da sind, können diese Portfolios tatsächlich zu einer gewissen Belastung führen. Hier ist es das Eigentum, was belastet, einfach Eigentum, das bestimmte Verantwortung mit sich bringt, das bestimmten Aufwand mit sich bringt, wie es einfach oftmals bei Immobilien der Fall ist. Ich habe beispielsweise Kunden, die mehrere, naja, ich möchte schon fast sagen, einen Häuserzug schon fast haben, also ein größeres Immobilienportfolio, die einfach feststellen, wenn dieses Immobilienportfolio in die Jahre gekommen ist, also mal 10, 20, 30 Jahre tatsächlich im Familienbesitz ist, dass diese Objekte immer mehr an Aufwand verursachen, viel Instandtatusaufwand, viel Verwaltungsaufwand verursachen und gar nicht mehr die große Liquidität abwerfen. Warum nicht? Weil einfach die Instandtatusaufwendungen rein finanzieller Art so eklatant überhand nehmen. Was meine ich damit? Im Laufe der Jahre, wenn Immobilienportfolios einfach mal 20, 30 Jahre alt sind, dann steigen die Instandtatusaufwendungen massiv. Das heißt, man muss nicht nur auf der einen Seite die finanziellen Mittel dafür aufbringen, um einfach die Dächer zu renovieren, um die Heizungsanlage auf Vordermann zu bringen und so weiter und so weiter, sondern man muss sich schlichtweg auch darum kümmern. Und das sind alles Aufgaben, die einem nicht zu 100 Prozent eine Hausverwaltung abnehmen kann. So jetzt ist natürlich die Geschichte, dass wenn die älteren Generation, die also diese Immobilienportfolios aufgebaut hat, und deswegen sind sie ja schon lange im Familienvermögen. Da keine Energie, vielleicht auch nicht mehr die Kraft hat, sich darum zu kümmern, kommt die nächste Generation. Die nächste Generation ist aber dann in der Situation, dass sie meistens berufstätig ist. Das heißt, sie haben einen Full-Term-Job und müssen sich auf der anderen Seite um Immobilienportfolios kümmern. Und das kann tatsächlich zu einer massiven Belastung führen. Grundsätzlich denke ich, wenn ich die Frage so pauschal stellen würde, hättest du lieber ein hohes Vermögen ohne Verantwortung und ohne großartigen Aufwand oder lieber ein Vermögen mit Verantwortung, mit hohem Aufwand, dann glaube ich, würde jeder sagen, am liebsten hätte ich ein hohes Vermögen. Klar, gerne, aber bitte ohne Aufwand. Aber gibt es das denn überhaupt? Und da sage ich, ja klar, das gibt es. Du kannst heute hohe Vermögen so strukturieren, dass du praktisch überhaupt keinen Verwaltungsaufwand damit hast, dass diese Vermögen sehr, sehr, sehr pflegeleicht und trotzdem sehr rentierlich und sehr gut strukturell aufgestellt sind. Das ist absolut möglich. Und ich stelle immer wieder fest, dass das eigentlich die Situation ist, die den meisten Menschen mehr zusagen würde. Trotzdem können sich viele Leute von ihrem Immobilienportfolio eben nicht trennen. Und da muss man einfach tiefer einsteigen, muss mal tiefer nachfragen, warum kann man sich denn nicht trennen? Wenn man denn rein mathematisch auf dem Papier einfach sieht, dass die Objekte kaum mehr Rendite oder überhaupt keine laufende Rendite mehr abwirfen, weil die Mieteinnahmen von den in Stadtteile des Aufwandes aufgefressen werden, kann man sich hier überlegen, was hat das Ganze noch für einen Sinn? Es ist sehr, sehr viel Emotion, die da mit reinspielt, weil einfach die Objekte, wie gesagt, schon sehr lange im Familienbesitz sind, weil die Objekte eine gewisse Historie haben, weil Immobilieneigentümer, die hohen Immobilienbesitz haben, auch eine gewisse Sicherheit damit verbinden und einfach auch nichts anderes kennen. Und hier ist einfach dann auch die Aufklärung gefragt, wenn du dich in dieser Situation unter Umständen wiederfindest, komm einfach gerne mal durch. Wir können gerne mal auch über Alternativen sprechen. Wir können uns mal gerne genau angucken, wieso und warum bist du in der Situation, dass du einen Haufen Vermögen hast, was super toll ist. Auf der anderen Seite aber eigentlich schon fast leidest unter diesem Verwaltungsaufwand, unter der Belastung, die damit einhergeht. Und ich kann dir mal Lösungen aufzeigen, wie genau das eine geht, ohne das andere, sprich also ein tolles, hohes Vermögen so zu strukturieren, dass du dich praktisch nicht darum kümmern musst. Ich sage immer, ein Wertpapierportfolio schreibt keine Briefe. Und wenn du ein breit gestreutes Wertpapierportfolio hast, über die gesamte Welt verstreut oder gestreut, dann hast du automatisch auch Immobilienvermögen mit drin. Weil wenn du heute hohe, große Aktienunternehmen in deinem Portfolio hast, besitzen die logischerweise auch Immobilienvermögen, Grund und Boden, produktive Sachwerte, sodass du indirekt automatisch auch im Immobilienvermögen investiert bist. Also man muss hier vielleicht auch mal ein bisschen weiter denken und kann man sich dann auch mal überlegen, brauche ich denn unbedingt diese Belastung meines Vermögens oder kann ich auch mein Vermögen so strukturieren, dass ich vermögend bin, eben ohne die Belastung. Also wenn ich dich ein bisschen angetriggert habe, vielleicht auch zum Nachdenken gebracht habe, komm gerne mal durch. Du findest dumm, um die Folge unsere Kontaktdaten. Melde dich gerne mal. Wir unterhalten uns am Telefon eine halbe Stunde. Schauen einfach mal, wie ist deine Situation. Finden heraus, ob ich dir helfen kann und wenn ja, wie. Und dann können wir uns einen schönen Plan zurechtlegen, wie wir für dich eine Anlagestrategie finden, die eben Vermögen ohne großartigen Aufwand, ohne Belastung für dich bedeutet. In diesem Sinne, ich freue mich.